Musik Hey Leute, ich bin's, ich bin's, Julian Vogel und... Oh nein, ich hab heute jemand Nerviges dabei. Hallo! Oh, Emma ist dabei, ja. Kann ich auch mal, bitte? Du kannst heute erstmal nur zugucken, weil du weißt nicht, wie Minecraft geht. Das weißt du ganz genau. Mann! Du, ich werd dir aber heute einen Freizeitpark zeigen. Möchtest du den sehen oder nicht? Äh, ja, gerne. Wo ist der denn? Der ist doch direkt hier vor uns. Siehst du den nicht? Guck mal, ich kann sogar fliegen. Kannst du fliegen? Nein, kannst du nicht. Richtig groß, ne? Cool. Hast du den selber gebaut? Äh, ja, hab ich nicht. Aber ja, Emma, hab ich selber gebaut. Wow, wie lange hat das gedauert? Eine Stunde. So schnell ging das? Ja, ich bin richtig gut. Das ist Funland. Und guck mal, hier ist auch Feuerwerk. Soll ich dir das mal zeigen? Mach mal. Oh, doch nicht. Hm? Doch, hier. Siehst du Feuerwerk? Cool, ist schon Silvester? Ja, hier ist immer Silvester. So, wir gehen jetzt hier in den Freizeitpark. Und da gibt es auch Achterbahn und sowas. Möchtest du mal da drauf oder nicht? Würdest du jetzt die ganze Zeit meckern oder würdest du das hier jetzt genießen? Nein, mach ruhig. Ich komm mit. Okay. Warst du schon mal in einem Freizeitpark, Emma? Ja, aber das war nur für kleine Kinder. Das war nicht so mit vielen Attraktionen. Da war nur so eine Märchenbahn. Das war langweilig. Das war nicht so groß. Ja, du bist halt auch ein Baby, deswegen vielleicht. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Aber das sind gar keine anderen Kinder. Ja, wir sind hier ganz alleine. Der Freizeitpark gehört uns ganz alleine. So, wir gehen direkt hier auf die große Achterbahn, okay? Und musstest du auch Eintritt zahlen? Äh, nein. Wie teuer ist das sonst? Äh, weiß ich nicht. Also das ist eigentlich nicht so teuer. So, wie komm ich denn jetzt hier rein? Hallo? Ich möchte hier rein. Na, egal. Geht nicht? Doch, geht. Ja, guck mal. Guck mal, guck mal, wir sind auf der Achterbahn. Er ist schnell total hoch. Wird die schwindelig? Ich weiß nicht. Vielleicht? Das ist richtig cool. Wow. Guck mal. Das hast du echt gut gebaut. Ja, danke. Ich denke wirklich, ich habe das gebaut. Das ist ja riesig. Hier gibt es ganz, ganz viele Achterbahnen, Emma. Hm. Wie viele sind das denn? Wie viele hast du denn gebaut? Äh, zwei, glaube ich. Nur zwei? Das sieht nach viel mehr aus. Ja, zwei und mehr. Guck doch mal diesen Turm an. Gehen wir da auch drauf? Wenn du möchtest. Wenn du brav bist, dann machen wir das. Wie hoch ist dieser Turm? Der ist so hoch wie unser Haus. Vielleicht ein bisschen höher. Nur ein kleines bisschen. Tada. Und wir sind wieder da. Das hat Spaß gemacht. Sollen wir mal woanders hin? Mhm. Sollen wir mal in diesen Turm da rein? Wie kommen wir da hoch? Ha. Das ist doch kein Problem. Den habe ich doch gebaut. Also weiß ich auch, wie ich da hinkomme. Da ist ein Wald. Können wir nicht da hingehen? Was ist das? Ja, können wir auch. Da ist der Wasserpark vom Funland. Oh. So. Jetzt gehen wir erstmal hier nach oben. Ich habe keine Badesachen jetzt an. Guck mal, wir sind jetzt ganz oben. Siehst du? Oh. Siehst du? Wir sind ganz oben. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt guck mal. Guck mal. Wir können hier durchspringen. Durch das Wasser. Ah. 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 Boing. Zum Wald? Ach, das ist auch eine Achterbahn, Emma, glaube ich. Ach so. Ja, aber hier durch Wasser. Das machen wir. Wollen wir da nass? Wenn du möchtest. Möchtest du nass werden? Hm. Wahrscheinlich nicht. Du. Du wirst jetzt nass. Pass mal auf, jetzt geht's los. Da, 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 da. Wie hoch? Ah. Und wir gehen gleich auch unter Wasser bei dieser Achterbahn. Wie? Willst du gleich sehen. Aber ich kann nicht so gut tauchen. Ja, du brauchst nicht tauchen. Hier ist doch Glas daneben. Oh, Emma, denk doch mal ein bisschen nach. Also vertraue mir doch mal. Ich bin dein Bruder. Warum sollte ich dir in Gefahr bringen? Dann würde ich, dann würde ich Ärger bekommen von Mama und Papa. Das hast du schon ganz oft gemacht. Guck mal, hier ist der Wal. Das ist der Wal. Hier ist mein Wasser. Guck mal. Wasserfeuerwerk. Und jetzt gehen wir nach unten hin. Du darfst aber keine Angst bekommen. Wir sind jetzt gleich hier im Aquarium. Luft anhalten. Nase zu. Guck mal. Guck mal. Cool. Wir sind im Wasser. Wie cool. Habe ich gut gemacht, oder? Mhm. Hast du richtig klasse gebaut. Ich denke wirklich, ich habe das gebaut. Guck mal. Das werde ich allen erzählen. Guck mal. Da waren auch Fischis und so. Guck mal. Oh, eine Kranke. Ganz viele. Ich finde das richtig gut hier. Wenn ich mal spielen darf, baue ich auch sowas. Ja, finde ich auch cool. Aber das dauert voll lange. So lange wollte ich das eigentlich nicht. Wie lange dauert das noch? Oh, ich habe keine Ahnung. Mir wird schon schwindelig. Mir wird schon zwei Tage da drin. Nein, drei. Oh Mann. Kann das jetzt mal bitte vorbei sein? Ich kann nicht mehr. Oh, ich habe ganz viel gegessen heute. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben oder so. Oh, bitte nicht. Guck mal, das ist auch ein Bad. Wir sind eben in den Ball gefahren. Die Ballbahn? Ja. Oh, das reicht. Ich kann nicht mehr. Das dauert noch. Ich habe schon Bauchweh. Wir sind eigentlich fertig. Emma, ich habe Bauchweh. Kann man da nicht irgendwie raus und wegschwimmen? Doch, aber wir bleiben jetzt hier. Wir nehmen die ganze... Es geht noch mal nach unten. Hallo. Wenn es diese Achterbahn in echt geben würde, ich glaube, ich würde die ganze Zeit da drauf fahren. Aber die ganze Zeit. Die ist echt groß. Das dauert total lange. Jetzt sind wir da, Emma. Wir sind da. Tatada. Hui. So, wo sollen wir denn noch hin? Guck mal, ich zeige dir jetzt was. Ich weiß nicht. Ich zeige dir jetzt was. Ich zeige dir jetzt was richtig cooles. Das kommt jetzt. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, was wir machen können. Wir können hier nach oben. Wir sind ja im Wasserpark hier von Funland. Aber wir können entweder hier drauf. Oder wir springen hier runter. Oh, bitte nicht. Oh, oh. Tut das weh? Guck mal. Ist das eine Rutsche? Ja, das ist eine Rutsche. Bist du das, der gute Mann? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, das brennt. Guck mal. Aua, 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 aua. Ich glaube, das sollte nicht so. Aua, 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 das tat weh. Das tat weh. Ja, oh mein, oh mein. Wo sollen wir denn noch hin, Emma? Wir können ja durch den ganzen Aquapark fliegen. Was war das für ein grünes Monster? Das hier? Sollen wir mal da hin? Ja. Ich glaube, das ist auch eine Achterbahn. Es gibt ja auch eine Geisterbahn, aber ich weiß nicht mehr, wo die ist. Geisterbahn? Ja. Darf ich da auch schon rein? Ja, bestimmt. Das ist jemand für große Kinder. Das ist die Creeperbahn. Aber das ist, glaube ich, eine Achterbahn für kleine Kinder, so wie für dich. Also das ist genau perfekt. Das ist ja langweilig. Jetzt habe ich schon die größere. Ich möchte da rein. Was ist das? Das ist auch eine Achterbahn. Sind das alles Achterbahnen? Ja. Guck mal, was ist das? Das ist ein Lama? Ein Lama? Ein grünes Lama. Ja, das ist ein Dino. Das ist ein Dino. Ja, das ist ein Dino. Lama sind nicht grün. Du bist grün. Du bist grün. Du bist blau. Wie der Pinguin. Oh, das dauert mir hier zu lange, Emma. Oh, das ist langweilig, weil das ist gar nicht so spannend wie die anderen Bahnen. Oh, guck, das war schon. Kurz. Und zum Glück vorbei. Was ist das wohl hier? Ist das auch irgendwie... Das ist, glaube ich, eine Geisterbahn hier. Ja. Ja, das ist bestimmt eine Geisterbahn. Bestimmt, bestimmt. Das sieht gruselig aus. Das sieht voll gruselig aus. Wir gehen jetzt hier rein, Emma. Oh, oh, ich habe Angst. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin da. Ah, wir sind im Keller. Ah, ich mag auch keine Kürbisse. Stimmt. Oh, wie sind wir hier? Wo sind wir denn hier? Das geht immer wieder raus. Ah, ich will hier raus. Mama. Geh lieber die Augen. Oh, 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 oh. Wo sind wir? Oh, 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 oh. Ich bin nicht. Emma, ich habe Angst. Wie tief geht das noch runter? Dann kommen wir auch wieder raus. Oh, oh, oh. Guck mal, guck mal, wer das ist. Ja. Geh, fahr, fahr. Schnell. Weg hier. Wir müssen ganz schnell weg, Emma. Oh, Mann. Und wo ist das denn gekommen? Das ist immer gruselig, ja. Das ist viel zu... Ich glaube, ich kriege... Ich kann das jetzt nicht mal vorbei sein, bitte. Ich glaube, ich gehe lieber wieder in mein Zimmer und gucke hier auf dein Tablet. Oh, Mann. Das wollte ich nicht. Das ist viel zu... Viel zu viel für mich. Emma, das war es. Wir sind draußen. Oh, zum Glück ist alles vorbei. Das war ganz schlimm. Ich glaube, das reicht, oder? Oder sollen wir noch eine... Eine Achterbahn will ich noch. Doch, eine Achterbahn will ich noch. Gut. Du darfst aussuchen. Aber nichts Gruseliges. Nein, wir gucken mal, was es sonst noch so gibt. Was ist denn das hier? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das... Kino oder so. Zum Schlafen. Ich glaube, das ist so eine Bühne. Das wird bestimmt Hannah wieder gefallen. Die will bestimmt wieder Theater spielen oder so. Hm. Ist das hier? Hier sind nur so Bilder. Fotos. Wir gehen jetzt hier noch drauf. Das waren bestimmt die Fotos von uns von der Achterbahn. Wir haben hier uns fotografiert. Stimmt. So, hier ist noch eine Achterbahn. Das ist jetzt die letzte Achterbahn heute, Emma. Ist die auch so schnell? Stimmt. Wow. Das war aber nicht so hoch. Hauptsache, das ist keine Geisterbahn. Das hoffe ich auch. Da bin ich nie wieder rein. Nein. Nicht mehr in diesem Leben. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Achterbahn mehr als nicht. So für kleine Babys, so wie für dich. Ja. Das ist so eine Baby-Achterbahn. Da würdest du wahrscheinlich mit Mama die ganze Zeit drauf. Weil du ja bei den anderen Sachen Angst hast. So, was die Mama da mitkommen würde. Die mag sowas, glaube ich nicht. Aber die passt hier auch nicht rein. Vielleicht Papa lieber. Oder irgendwie Stefan. Der mag sowas. Ja, stimmt. Hat der dir doch mal geholfen, dass du es gebaut hast? Äh, nein. Aber Emma, ich muss dir jetzt was sagen. Ich habe das gar nicht gebaut. Wie? Ich war das nicht. Du hast mich die ganze Zeit veräppelt. Oh, oh. Was ist das? Ah! Wo sind wir? Oh nein, schon wieder in der Geisterbahn. Ich drücke mal hier drauf. Und jetzt? Wir müssen wieder springen. Ah! Na oben! Müssen wir jetzt die ganze Zeit springen? Oh, Emma. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir kommen hier nicht mehr raus. Können wir das Spiel nicht ausmachen? Wo sind wir? Wo sind wir, Emma? Wir sind verloren. Ich weiß es nicht. Es ist dunkel. Mach doch mal einen Katschern an. Ich mache jetzt aus. Wir gehen jetzt weg. Tschüssi. Mama ruft uns, glaube ich, Emma. Tschüss! Tschüss!